Herzlich Willkommen zu Ja, hier sind wir jetzt. Es hat lang genug gedauert, es sind genug Leute da und ich komm hier nicht raus. Jeder hat sein Grundstück zugewiesen bekommen und es kann losgehen. Ja. Bitte auch mal Zeit. Ja. Arbeiten, arbeiten, arbeiten. Ich wollte die ganze Haft nochmal wieder versaufen. Herzlich Willkommen zu unserem neuen Projekt Minecraft Evolution. Wie ihr vorher schon in dem Pre-Intro gesehen habt, ist hier so ein bisschen Wuselei gewesen. Aber es ist ein bisschen schwer, ganzen Leute unter einem Hut zu kriegen. Und ihr seht richtig, Redbeard kniffte es auch mal wieder in einem Video. Hallöchen! Und was machen wir jetzt? Clem Jam bauen! Yeah, drauf springen! Kaputt machen! Ich geh weg. Boah! Zweieinhalb Herzen, ey. Das war mein Power Schlag, Mann. Das war mein Power Schlag. Ja, ein André hat euch nicht hinterhergedickt. Nicht wundern, ich hab hier, oder jeder von uns hat so eine kleine Tasche bekommen. Das ist unser Start Equip. Ist einfach nur ein paar Setzlinge. Da jeder ja ein Grundstück hat, kommt er nicht unbedingt an die meisten Setzlinge ran, außer er geht mal kurz hin ins Nachbargrundstück und baut was ab, was er eigentlich nicht soll. Jetzt muss ich erstmal was essen, weil ich hier so eine Komastelle bekommen hab von Buzz Spencer. Ey, ich hab jetzt hier einen ganzen, hier den ganzen Knochen mehr reingeknallt und das ist nicht gewachsen. Hast du noch einen Setzling? So einen? Ja. Sehr schön. Setzt mal vier Fischte nebeneinander. Haben, habe ich da hier schon. Haben wir schon hier. Und das hatte ich ja schon die ganze Zeit hier gemacht dann. Knochen mehr. Ah, doppelt nicht. Ja, war alles frei. Ja, super. Besser? Bist du hier das Glückshändchen oder was? Gibt die? Gib mir doch mal ein bisschen Holz rüber, bitte. Dann kriegst du die Hälfte von meinem. Frieden? Ja. Warte Voto, wir bauen grad ne Axt, will der wahrscheinlich auch bauen und so, ne? Ich dachte eben gerade mal... Dann kann man das Ding durchbauen. Ach fuck. Dussel. Ich hab vergessen was anderes zu bauen. Du brauchst erst ne Werkbank, ne? Ja. Wisst ihr was schön ist? Ich hab gedacht der Server geht eher in die Knie. Mhm. Hier ist ne... ...Werkbank. Das einzige was mich halt bisschen irritiert, wenn man Tab drückt, dass die alle ne schlechte Verbindung zum Server hätten. Äh, hier. André. Und du machst uns, äh... ... ne Spitzsack. So, dann muss ich ja für ein Voto noch eine machen. Lalalalalala. Ich hab noch ne Axt. Ach so. Gut. Hier. Habe ich grade... Oh. Ja dann gibt die eine den Voto. Braucht ihr Holz? Voto? Ja? Voto! 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 Ja steckt euch mal mit Erde hoch und gebt mir mal ne Axt. Kannst auch im Kreis runterlaufen. Warum das? Bezacke? Habe ich schon drei. Ah ok. Hinter uns, hinter uns. Hinter uns. Hinter uns. Drei Leute auch noch. Ihr habt doch Werkzeug. Habe ich doch benutzt. Habe ich doch benutzt. Ah, Triple Kill. Ja man. Warte, ich versuch's mal mit den Crafting Keys. Ah, das klappt zuckergeil. Das, das, das. Oh, was ist jetzt? Ich terraforme schon mal ein bisschen ne? Mach was du dankst. Mein Gedanke wäre ja, bisschen wühlen zu gehen in der Farmwelt. Und Richtung Quarry. Und die Nacht, sobald Nacht ist in der Farmwelt, lieber farmen. Wo ist das Skeletten? Da hinten. Der ist tot da hinten rum. Ach da. Ja, aber ich dachte jetzt eben mal, dass wir ein bisschen, ähm, besseres Werkzeug kriegen, dass wir uns da mal auch... was leisten können, weil das bringt ja so nichts. Warmfeld. Ja, da brauchst du ja nur schon mal hier ein bisschen Stein zu haben. Ein bisschen Bruchstein. Dann können wir Eisen abbauen. Ja. Mit Eisen wieder die anderen Sachen. Ist halt mal wieder was anderes. Nicht nur mit Tinker Sachen zu machen, sondern auch mal mit den Vanilla Werkzeugen. Machst du denn Tinkers noch drauf? Ja, wenn genug Leveln da sind. Auch in Guanas? Das ist in... eingeschlossen. War das? Ah, eingeschlossen. Das war ein Creeper. So. Da fliegt ein Pfeil über euren Kopf. Mach das schon mit. Da brauchst du schon mal drei Steinspitzhacken. Ja, und bevor wir uns hier irgendwo runter wühlen, können wir da unten den Eingang nehmen, den ich angezeichnet hatte. Ei, Captain. Wir müssen ja hier erstmal eine Treppe hinbauen. Aua! Otto, einmal für dich. Wo ist er? Der Ultram. Der baut sich... der baut gerade unten den Eingang ein. Wie immer am wühlen. Ach du Scheiße, die Nacht ist ja wirklich pervers. Obwohl es nur easy ist. So, schneller. Sie sind hinter uns her. Eierkolonne oder was? Ja, da merkt man jetzt mal den Unterschied zwischen Holz und Stein. Der André zieht da vorweg und ich komme kaum hinterher. Ich auch. Ja, sag mal einen kleinen... Ich höre einen Zombie. Jetzt kann von hinten nichts kommen. Aber hier drin spawn. Hey, wo kommst du jetzt her? Hier drin gespawnt, wa? Ja. Ne, hier oben ist ein Loch. Ja, lass das mal. Nö. Nö. Ich brauche mal eben schnell die Steinkohle hier ab. Guck mal, wir können schon kochen. Wir haben Salz. Er will denn schon kochen. Debuto. Hamburger. da braucht er aber kein salz für ich meine doch irgendwas war das alles obwohl für die cheeseburger doch könnte sein später braucht der salz da lang jetzt aber oben das hat jetzt hast du war oben die fix gelassen dann geh hoch und hol alles runter wir haben hier weiter einfach erst mal so einen kleinen raum aussehen dass man ein bisschen was hat und sieben drunter kleinen lagerraum schreckt mich doch nicht so dunkel fackel weg dass die kiste noch hier oben stehen ich habe nämlich kaum noch live ach ich weiß was ich noch hinzufüge die tage und der verstand es ist so schön war in einem chat nur tot 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 buddl 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 fackel im ofen ich habe eisen noch besser noch mehr eisen ich kann drei eisen abende menschen und lasst dir mal lieber in ruhe oder meinst du den leeren der band ich habe einen endermann gefunden da unten ja ich kann schon mal drei herstellen ich habe auch noch zwei eisen mitgefunden wird es die kohle voto bei dir ist doch noch mehr eisen du nasenbär auch schon mal drei eisen spitzhacken fertig so schneller geht das hier voran ist irgendwie ungewohnt verschiedene bruchstein typen ja da unten sind zwei endermann ist hier endermann party gut kann ich nicht abbauen dann mache ich aber hier eben noch mal den einen modus aus weil jetzt muss ich ja nichts mehr für uns geben und gucke ich mal eben was die ist ja schon drauf das sind vier heißt wir brauchen zwei oder drei ender perlen vier diamanten und vier quarts blöcke und zwar ende augen dann können wir schon ärzte verdreifachen auch ohne irgendwie mekanismen oder sowas naja die idee ist drauf naja mit eisen konnte man diamant abbauen wie war das denn in steuerung für inventar öffnen inventar e das mache ich mal auf mache ich so für her dann gekriegt die bitte ganz der weit abbauen ja ich erweitere jetzt ich verbraucht das erst komplett er ist ja richtig so wo bist du also ich bin hier irgendwo in der höhle ja irgendwo weiter unten ich sehe es gerade ich bin fleißig am farmen die irgendwo runter gesprungen ich habe mir ein erdblock nach unten gesetzt dass ich runter laufen kann jetzt auch ein paar blöcke gesetzt ja hier danke deine diamanten findest hast du schon das werkzeug mich wundert es nur warum hier so viele endermänner auf einmal sind creeper sind hier auch aber wir sind ja noch auf 45 weißt aber dass du noch nicht mehr nicht mehr weit weiter viel weiter raus laufen darf ja hält sich eh keiner dran das kann ich mir die wetten und so genau will ich nicht nehmen die fern weiter auslaufen aus dem grundstück haben wir eigentlich gesagt habe grundstück bauen und fertig also abbauen wenn man großartig farmen gehen möchte kann man ja in die farmen welt gehen ihre set hast du ja alle paar gesagt alle zwei wochen ich gucke alle zwei wochen ob irgendjemand was abgestimmt hat von den mods heißt ich darf aber erst mal erst die liste wieder hin machen andere regionen zu fahren oder pracht gerade dessen die frage ich schreibe ja schon oder 20 eisen habt ihr bekannst du kohle mit hoch bringt sechs kohle habe ich 15 habe ich gehe runter ich gehe runter ich hole es wenn ich ihn ja entfinde irgendwo da lange ist er gelaufen hier ist keiner hier ist keiner da würde auch mal zeit für betten dass man nicht wieder vom sporn zu unserem haus laufen und darf dann brauchen wir schafe oder genug spinnen gerade tagsüber ich gehe mal gucken wir haben keine schafe bei uns wolle 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 kriegt man aus baum wolle spinnen faden flaxseed wir können uns sowas anbauen da kann ich aber gleich mal ein bisschen bügeln gehen ich habe hier andres grundstücke grundstücke wie nennt sich das hier boot grab stein ich komme gerade runter dabei habe ich die noch nicht mal angeguckt schielst du vielleicht nicht aber oder der endermann wahrscheinlich hier ach da ist er ey ja kohle 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 klar nimm das eisenaug mit hoch da ist ja nicht ein schaf irgendwo ja die sind ziemlich rar ich gehe gleich rüber in die farm weil denn ja da sind schafe en masse aber das wäre ja zu einfach ja Vielen Dank. Merkt man gar nicht, dass man auf Höhe 52 ist. Bei den ganzen verschiedenen Steintypen. Ich werde mal versuchen Dias zu besorgen. Ich werde mich mit der eigenen Pickaxe auf dem Weg machen zur Farmwelt. Babotu, weißt du was Scheiße ist? Was? Ich nehme ja nicht auf, also das heißt ich spiele ja nur wenn du online bist eigentlich. Du kannst spielen wie du willst. Und ich werde aufnehmen, so wie jetzt und mir daraus die Sachen rausschneiden. Heißt, ich nehme jetzt von mir aus eine Stunde auf oder zwei, schneide mir so ein bisschen was raus und mache daraus meine Parts. Ich bin auch hier gerade über ein fremdes Grundstück. Du Böser, Böser. Weg Richtung Grundstück Richtung Rathaus. Was machst du? Ja, den kürzesten Weg oder nicht? Querfelder ein. Creeper. Nein. Mach woanders Boom. Krass, zwei Wolle standen hier einfach nur so rum. Bei Wolle. Ja, wenn man jetzt überlegt, acht Level klingt nicht viel. Ist das auch nicht. Aber wenn man jetzt mal überlegt, was... Und wie komme ich in das scheiß Portal rein? Stellst dich an das Portal und drückst Shift. Ist das überhaupt gezeichnet, was das Portal ist? Ja, das weiß ich, aber... Nicht du. Ich habe es geschrieben, dass es am Arsch des Rathauses ist. Brauchen wir Kühe auch? Ja, nimm Leder mit. Also Gold habe ich schon mal. Gold brauchen wir aber nicht. Noch nicht. Drei Wolle habe ich. Ich habe auch einen Faden. Stippe zu uns jetzt. Und das wars. Ich habe auch einen Faden geontflüssig. Also, wir müssen die nächsten Mal sehen. Auch ein Faden. ja meine schafe kommt her meine schuhe habe vier stück gefunden ich auch wieder 1 also du brauchst nur noch fünf wolle mitbringen dann haben wir drei betten vier stück habe ich schon fünf brauchst du nur es macht so spaß zu meinen da macht sie man schon richtig baut essen man muss du es doch nicht andere ich werde jetzt aber schon mal was anbauen auch kein essen an wieso bescheuert das wächst doch im stall ich wollte gerade sagen haben wir nur noch ein paar sticks um bringen auch schon gleich zuckerrohr mit ja gut auch schon ein bisschen reingepackt wisst ihr was ich ganz interessant finde was lange es dauern wird bis der erste mod freigeschalten werden kann durch uns ziemlich schnell naja muss man bedenken 200 level ist nicht so viel also ist viel aber für das was mir hier farmen ist es wenig ich würde das jetzt mal zwischendurch abhängig machen davon warum gibt es dafür kein erfolg was hast du gemacht ach so du hast mich ja zum links gemacht was jetzt aber jetzt kriege ich den erfolg achtung ne immer noch nicht warum hervorlöcke das und das dann bin ich wahrscheinlich gleich der erste auf dem server mit dem erfolg diamanten ich habe schon welche gefunden jetzt habe ich extra noch einen ofen gecraftet und barren eingeschmolzen damit wenn ich ein deer aufhebe das passiert super squeeze the juice und wenn die gewachsen sind haben auch raspberry saft ich habe einen juicer gebaut ne das ist in der kiste drin und wir haben vier diamanten heißt genug für eine qidee wir haben vier diamanten genug für eine qidee ja dann würde ich eine bauen ne ja müsste ich ein bisschen quaz holen gehen und müssten wir entweder endermänner töten oder enderlilies wenn wir eine haben ist doch gut ja wir brauchen zwei perlen redstone habe ich auch schon heißt wir könnten uns eine billig quarry bauen jetzt erstmal wieder das scheiß portal finden wenn wir die turner zartel quarry haben ist er sowieso turtle die kannst ja so schon bauen ja deswegen bin ich ja runter redstone ja lili ach so ich bringe ich bringe auch 23 steaks mit ne gut roda gebraten oder medium rare ich baue dir noch einen zweiten ofen haben wir erstmal einen für sowas ich habe einen dabei schon gebaut ja ich komme hoch und bringe dir auch einen ofen ja dann machen wir drei übereinander und wo das ist ich muss nur gerade gucken wo ich her gelaufen bin warte das machen wir anders ich habe diesmal nicht auf dem kronk gehört ne ich habe diesmal nicht links immer rechts oder links aber ich weiß wo der andre gestorben ist wo hier die endermänner noch sitzen 43 ähm vora bringe hier auch mit hast du schon irgendwo eine truhe hat er und voll ist die kiste gold direkt braten weiß ich nicht ob wir erstmal braten sollen oder ach du scheiße worsen worsen tut das eisen her nicht nur ich auch der andere was denn ich habe mich immer schreckt wir haben wir haben ein bisschen eisen geholt also nehme ich mir mal das raus ach ich habe doch hier noch das ich habe einen sie das alles 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 das okay ich ich ja da brauche ich dich ich eisentruhe computer computer ist clean stone redstone glass scheibe heißt wir könnten eigentlich eine mining turtle machen und dann das grundstück ausheben lassen und dann können wir nach und nach unten kürbisse verbreiten sich auch so automatisch creeper creeper ist da keine erde drin? ja moment jetzt ist da erde drin ich will ja hier demokratisch handeln also was sollten wir zuerst machen der turtle oder irgendeine dia spitzhacke der turtle und unten auf der höhe sammeln lassen und gucken dass wir mehr diamanten kriegen eisen das bisschen sand das ist ja alles dolomit und komatit zicke sand doch da nein ich will nicht ertrinken ich habe zwölf wäfel dabei kann ich denn da drin craften nein da wird wheat flour draus ok ich ertrinken gut nacht tschüss fuck was hast du in ofen da rein getan weiter fern oben 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 wir haben da eingangs zu das habe ich schon gesehen und ich habe uns hier schon mal ein bisschen essen bin ich hier am vorbereiten das ist sauber wo haben wir den sand haben wir da außen sand nein wir haben hier draußen können sind hier ist da sand da unten ist sand aber da war es auch so wenn du da runter gehst und ich musste ich muss da jetzt runter wegen den diamanten ja und geradeaus ist auch da bin ich gerade hin da gehe ich jetzt gerade hin warum hast du die diamanten nicht in unsere tour getan da komme ich es gerade nicht richtig geil dran weil ich die eigentlich mit dem sand gleich verkraften wollte zu einer törtel mit ihr spitze das muss aber schneller gehen gerade hier drin auf dem server ja ja ich nicht doch ich auch kommen wir sind doch schon ganz schön viele wieder timeout ja zeitüberschreitung farmwelt ja alles klar mache ich mir hier die erste folge ich ich